Schabot geht und du bist allein mit deiner Aufregung. Es geht dir nicht aus dem Kopf, der Engländer, wie er tot auf dem Boden in der Bar liegt. Das Bild, das brennt sich ein, das wirst du nicht los. Und du denkst daran, wie viel Geld er bei sich hatte. Und es zieht dich ins Hotel. Die Zimmernummer kennst du, 370. Geld? Ein Argument für meinen Sohn? Ja, sie geben ihm Geld. Viel zu viel und viel zu wenig. Weil er sie nämlich kopieren will. Und dazu reicht's wieder nicht. Alles will er nachmachen, um wie sein Vater zu sein, der so gar nichts von ihm hält. Wie er will er sein, genauso großspurig, herrschsüchtig, arrogant. Muss ich mir das weiter anhören, Herr Kommissar? Er raucht Ihre Zigaretten. Er hält sich eine Geliebte wie sein Vater. Dieselbe wie sein Vater. Hören Sie! Lass ihn reden! Von Schabot weiß er, dass man auch nachts in das Hotel kommen kann, ohne vom Portier gesehen zu werden. Zimmer 370. Er geht hinein, durchsucht Schränke, Schubladen, Koffer. Und plötzlich geht die Tür auf und in der Tür steht der Mann, den du im Moulinbleu tot auf dem Boden hast liegen sehen. Man muss sich das vorstellen, der Tote aus der Bar steht plötzlich da. Und da wird er von solcher Angst gepackt, dass er mit aller Kraft zuschlägt. Im Dunkeln. Und diesmal rennt er nicht davon. Er nimmt dem Toten die Brieftasche ab. Bei allem Entsetzen denkt er an die Brieftasche. Er will den Mord nicht so sinnlos lassen, wie er ist. Dann geht er zu Simon. Und ihr gesteht er alles. Und am nächsten Morgen liest er in den Zeitungen, dass das Opfer, sein Opfer, nicht im Hotel entdeckt wurde, sondern im Park. Jetzt versteht er nichts mehr, lebt wie im Fieber. Und das Geld, das viele Geld. 300 davon für Schabot. Aber das andere, wohin damit? Er geht hierher baden, will sein wie andere, als wäre nichts gewesen. Und hört dann hier von Schabot, dass man hinter ihnen her ist. Wohin mit dem Geld? Das Geld könnte ihn verraten. Wo ist es? Wo ist das Geld? Du sagst nichts, René, wir bestreiten das alles. Herr Delphos, Ihr Sohn hat ja auch Ihnen alles gestanden. Warum sind Sie denn hier? Wo ist das Geld? Du hast es hier irgendwo. Ich würde mal suchen, vielleicht findet ihr es. Du hast es versteckt, in einer Kabine, also wo? Du rauchst es nicht! Sucht es doch selbst! Ja, glauben Sie im Ernst, dass dieser Junge einen Menschen umbringen kann? Wie denn? Womit denn? Sie haben die Mordwaffe in der Hand. Sie haben die Mordwaffe in der Hand. Armin Assinger weiß... Rüe übt sich, was ein Quiz-Champion-Wert will. Ehrlich? Echt? Echt? Ja. Nachdenken zahlt sich aus. Zehn clevere Kids treten an, um es heulen zu beweisen, die sehr...